Hi Leute, was geht ab? Ich bin Kimbo, ihr seid heute bei mir zu Hause in meinem kleinen Homestudio und ich zeige euch, wie ich den Beat produziert habe zum Track Gebrochenes Deutsch von STKs Album Aufentspannt. Also, bei diesem Beat habe ich mit den Drums begonnen. Ich habe mir einen Drumloop geschnappt, habe den in seine Einzelteile zerlegt und ein bisschen gepitcht, mir hier auf die Pads gepackt. Und das Ganze fängt ungefähr so. So, dann habe ich hier auf meiner zweiten Wand ein paar weitere Hi-Hat Percussion. Hi-Hat Percussion. So, dann gibt es Salaamide. so als nächstes element kommt das piano sehr sehr simpel gehalten nur zwei akkorde so als nächstes haben wir den bass sehr sehr wichtiges element für diesen beat so die letzte melodie die ich hinzugefügt habe ist eine melodie die ich mit drei instrumenten gelehrt habe aber alles wie gesagt dieselbe melodie da wäre hier einmal so ein synths organ so ein bisschen lauter dieselbe melodie mit einem pad und einem sandy so ein lead synth und das ist eigentlich schon alles an instrumenten was in dem beat vor und zusammen klingt es dann so also ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr fragen habt schreibt mir gerne in die kommentare und ich bin mir sicher wir sehen uns bald wieder bis 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 bis